Ich bin bereit. Wir treffen uns. Ich habe nichts mehr zu sagen. Am Ende des letzten Parts war mir dann auch noch eine komplette Audio, halb abgeschmiert anscheinend. Hoffentlich leben wir lange genug, um Enkel zu haben. Man muss sich doch auf was freuen können, oder? Und ich glaube, ich habe den Enten den Skyranger und da unten genannt. Nicht den Firestorm. Passt ja alles. Dann, Malten. Die letzte Aufnahme lief somit nicht gerade so optimal, wie erwartet. Aber jetzt ist die Chance gekommen, wo wir endlich damit fliegen dürfen. Lauf zumindest. Ah, deswegen geht er automatisch zu. Und da explizit schon alles. Die besten Vorsitzungen. Ah, so sieht es also in einem echten Ufo aus. Allerdings. Die Herrschaften sind passend gekleidet. Ich weiß was. Wir verlassen uns. Die Herrschaften haben nichts mehr zu sagen. Die stehen einfach nur rum, damit man mit denen nochmal sprechen kann. Dann kann dann die nächste Mission gerade losgehen. Weißt du, die Spielherr vorgegebene theoretische Verletzte Mission, Verletzte Mission? Jetzt tragen wir den Kampf in ihr Territorium. Wir reisen in ihre Welt, dringen in den Kern ihres Netzwerks ein und trennen unsere Welten für immer. Noch Fragen? Jetzt tragen wir den Kampf in ihr Territorium. Wir reisen in ihre Welt, dringend in den Kern ihres Netzwerks ein und... Ich wollte es mal zurück. Seite kontrollieren. Der hat ja leider den Schutzturm. Wollte ich ja eventuell noch austauschen, aber... Aber, aber... Aber... Ähm... Ich wäre nicht eigentlich... Was sagen? Wir trennen unsere Welten für immer. Noch Fragen? Na gut, raus mit dir. Wir müssen hier gerade nochmal nachgucken. Wollten wir nicht eigentlich schon einen haben? Na hier unten? Doch. Weiß. Aha, ja. Der hat mir ja schon ein bisschen ausgerüstet. Können wir nur aufbewahren. Halt's ich mich da festgelegt? Ah ja, das ist doch... Das ist doch... Und... hinzufügen. Das ist ja auch dein schönes neues Gewehr. Deine schöne neue Pistole. Und ich hab... Äh... Äh... Ring... Konnten Sie bestimmen, wo der Musei-Knotenpunkt sich befindet? Ja, wir haben den... Großer Gott, Fog. Was zum Teufel ist das? Wir führen keine Friedensgespräche, Angela. Ich will Origin ein für allemal ausschalten. Sie waren fleißig. Durchaus. Das Elyrium in seinen instabilsten Zustand zu versetzen war nur ein Teil. In Kombination mit... Sie haben was? Großer Gott, das Ding, jagt Origin hoch und uns gleich mit dazu. Durchaus möglich, Doktor. Wenn es sein muss, damit dieser Krieg endet, dann sei es so. Machen Sie das Schiff startklar. Wir fliegen, sobald das Gerät eingebaut ist. Wir fliegen jetzt alle besten Agenten los. Ich bin grad optimal, wenn man denkt, was man da noch so an Bord hat. Ziel ist vor uns. Gleich um die nächste Kurve. Vorsichtig, Barnes. Wir kommen in Reichweite Ihrer Detektoren. Da sind wir schon. Es scheint, Heinrich hat ganze Arbeit geleistet. Mit seinem Störsender vielleicht. Ich hoffe, das gilt auch für das Ungetüm, das er uns an den Rumpf geschraubt hat. Der Sprengsatz wird wie geplant funktionieren. Er muss. Teufelabend, die haben Ihre Anlage unter dem See errichtet. Achtung! So werden wir da nicht reinkommen. Das Loch hat sich wieder geschlossen. Dann öffnen wir es wieder. Ganz genau. Landen Sie. Alles nach Plan funktioniert. Okay, Carter. Wir müssen Ihr Sicherungssystem deaktivieren, wenn wir durch diese Öffnung im Damm gelangen wollen. Richtig. Das Vangate. Das ist nicht das Vangate. Unsere Messungen besagen, dass das Vangate hinter dem Damm versteckt liegt. Unter dem Stausee. Höchstwahrscheinlich zapfen Sie den Strom ab, den der Damm liefert, um die Verteidigungsanlagen der Öffnung zu speisen. Verstehe. Okay. Also, das Sicherungssystem deaktivieren. Weiß jemand schon, wie das gehen soll? Weir besorgt sich die Pläne für den Damm. Fangen Sie beim Haupteingang der Anlage an. Über den unteren Vorplatz. Wird gemacht. Wenn wir uns jetzt nicht schon alle in die Luft jagt... Der Typ der Überlaufsprecher klingt ziemlich aufgeregt. Origin. Hinter ihm sind wir her. Anscheinend haben wir ihn in die Flucht geschlagen. Sind Sie taub? Er startet die letzte Phase Ihres Kriegsplans. Er redet über den Anfang vom Ende, verdammt! Er hat in den Fuß geschossen. Er hat in den Fuß geschossen. Waffen und Ketikzen. Dann darf ich nicht rein. Da auch nicht. Noch eine Werdenwaffe rum. Hier, ich helfe Ihnen. was hat sie abgelenkt schießen sie das war doch ein Spitzenschuss und volle Deckung so überlassen wir schön drauf Wunderbar so schnell das war ja verdammt schnell und da hinten erreiche ich nichts aber von hier aus der Laser wo muss ich jetzt lang die der Herr meint das bitte ne leider kann der Herr nicht benutzen das ist auch nichts mit dem Gebäude gibt könnte ich dann einfach weiter gehen so muss es doch laufen wir rücken vor und die heilen ab deckung dort setze mich in Bewegung ja Jungs schau mit euch werden sich garantiert auf mich konzentrieren wir brauchen einen Boost ähm dann fangen wir was rum Truppentransporter im Anflug geben sie ihm den Rest ähm na spitze ich will ja ich will ja trotzdem nichts ich will ja trotzdem nichts ja geht es was du kannst kann ich auch dann hoch mit ihm setze Drohne ein auf und davon du weg mit dir heilung aktiviert so du stehst da total bescheiden deckung nehmen da drüben marschiere los ich freue mich trotzdem hier das ist theoretisch ist ja nicht mehr die Panzerung die Thronen holen die Herrschaft hier jetzt nicht gerne runter und da geht es schifft mit Jim down und was haben wir denn hier jetzt so schönes kontrollieren sie die Gedanken des Gegners damit er für sie kämpft aber Vorsicht starker Schmerz kann diesen Effekt vorzeitig beenden genau was wir jetzt brauchen ist nämlich zahlenmäßig weit unterliegen er ist unter Kontrolle und was suchst du hier so runter bin unterwegs bei Kugelschild aufbauen dort Stimulantien so heilung gibt es nur wenn du dich ein bisschen besser anstellst äh das ist das falsche und weg das ist das jetzt ein bisschen besser an ist das ist das